Ich will den Servien Dadeln nennen, Fraktion Die Linke. Die Kollegin war überrascht vom schnellen Ende. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Blicken wir zurück. Was ist der Grund für die Katastrophe, aufgrund derer jetzt die Bundeswehr im Rahmen der ONAFOR-Mission im Mittelmeer vor der libyschen Küste aktiv ist? Der Grund ist der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der USA und NATO unter Missbrauch und Verletzung eines UN-Mandates im Jahr 2011. Und es war richtig von FDP-Außenminister Westerwelle damals, diesem Mandat nicht zugestimmt zu haben im UN-Sicherheitsrat. Die US- und NATO-Intervention haben Libyen in eine Hölle auf Erden verwandelt, wo selbst die Sklaverei wieder zurückgekehrt ist. Bis heute hat die Bundesregierung diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nicht verurteilt. Kein Wort zur perfiden öffentlichen Freude der damaligen US-Außenministerin Hillary Clinton über den bestialischen Mord an Muammar al-Gaddafi. Auch dieses Schweigen macht das bemühte Eintreten der Bundesregierung für das Völkerrecht und die Menschenrechte international schlicht unglaubwürdig. Jetzt heißt es, die Bundeswehr wäre da, um den Waffenschmuggel nach Libyen zu unterbinden. Diese Zeilen im Mandat müssen aber der Bundesregierung eigentlich die Schamesröte ins Gesicht treiben. Jeder weiß, auch hier im Deutschen Bundestag, dass die Bundeswehr niemals gegen ihren NATO-Verbündeten aus der Türkei vorgehen würde, die ja nachweislich Tripolis weiter mit Waffen beliefern. Herr Pistorius, Sie sagen, wenn der Dieb doch im Fenster einsteigt, dann muss man doch die Türe nicht offen halten. Das Problem ist doch, Sie wollen zwar vielleicht die Vordertür schließen, aber die ganze Hintertür, die ganzen Luft- und Landwängel sind doch sperrangelweit offen. Das ist doch der Widerspruch in Ihrer Argumentation. Sie schreiben in der Begründung des Mandates, ich zitiere, die im EU-Mandat enthaltene Ausbildung der libyschen Küstenwache und Marine wurde seitens Euna Formet Irini noch nicht begonnen und ist darüber hinaus kein Teil des Bundestagsmandates. Zitat Ende. Wir halten fest, die Bundeswehr beteiligt sich an einer EU-Mission, deren Mandat die Ausbildung der libyschen Küstenwache umfasst. Vor wenigen Tagen hat ein UN-Bericht festgestellt, ich zitiere, Morde, Folter, Versklavung. UN-Experten sehen Beweise dafür, dass Libyens Küstenwache wiederholt schwere Verbrechen gegen Migranten begangen hat. Sie wird seit Jahren von der EU mit Logistik und Finanzen unterstützt. Die Europäische Union hat mit ihrer Unterstützung für die libysche Küstenwache Beihilfe zu Straftaten geleistet. Zitat Ende. So heißt es in einem Bericht der Tagesschau. Und ich fasse zusammen. Die Europäische Union unterstützt Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und Sie machen hier einfach weiter, als gehe Sie das alles nicht an. Und da können die Grünen jetzt noch so viele Nebelmaschinen anwerfen. Sie sind Teil dieses EU-Mandates und machen Sie der Öffentlichkeit nichts vor. Das ist schlicht verlogen, so zu tun, als wenn Sie nichts damit zu tun haben. Sie sind Teil dieses EU-Mandates. Deshalb sagen wir, beenden Sie diese beschämende Mission. Beenden Sie die Unterstützung für Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die EU. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kadelein. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Grüfelkamp, CDU-CSU-Fraktion.